Das ist das beste, was ich noch nie gesehen habe. Leute, ich sag euch, das ist der reinste Horror gewesen. Egal, jetzt ist es überstanden. Ich habe jetzt wieder Internet und zwar schnelleres Internet mit besserem Upload. Das heißt, mich gibt es auch demnächst im Livestream und zwar auf twitch.tv slash dagontletsplay. Link natürlich in der Videobeschreibung nochmal dazu. Könnt ihr gerne drauf gehen, mir followen oder ich werde auch dann am Tag des Livestreams dann auch nochmal hier aber separat ein Video hochladen. Und dass es dann halt eben an diesem Tag ein Livestream gibt. Ansonsten werde ich jetzt reinhauen und jetzt auch gleich hier nach diesem Video direkt mal ein Let's Play wieder machen beziehungsweise zwei Spiele glaube ich habe ich zum Zocken, die ich auf jeden Fall mal filmen werde. Das heißt, jetzt kommen wieder regelmäßig beziehungsweise regelmäßig Videos von mir hier auf YouTube. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende mit diesem ganz kurzen Infovideo. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es auch nur kurz war. Wenn es gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Support-Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haust rein, bleibste geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.